Wir sind hier in der Wohnung von Manuel Cha für ein Interview. Er selber hatte gestern den Kampf gegen Klitschko. Und dazu werde ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Ah, Herr Cha! Was ist los hier? Wer bist denn du? Ja, ich bin von Spiegel TV für ein Interview. Ja, was willst du denn? Was willst du wissen? Ich habe ein paar Fragen anzunehmen. Ich habe ein paar Fragen anzunehmen. Ja, zu dem Klitschko-Kampf. Ja, warte, ich fahre gerade trainieren. Zwei Stunden Box-Sack, zehn Minuten Joggen. Boah, bin ich kaputt, ey. Ich bin ja richtig kaputt. Gestern ein TKO gegen Klitschko. Klitschko ist Arzt. Ja, was will denn? Was will denn die Pappnase? Ich hoffe, das geht an ihn, ey. Riecht mal die Kamera auf den Box-Sack, so mache ich ihn kaputt, ey. Oh! Oh, shit! Meine 3D-Brille. Mit der Box ist es noch besser. Na, lecker! Na, lecker! Na, lecker! Ja, ich hoffe, der hat es gesehen, der Lütcher. Hm, ich nehme mal an... Nur Lütcher, Alter! Ja, siehst du, das war gerade eine Kamera-Dangst von mir. Äh... Nach Russland, nach Moskau, ich komme mit meinem Bike. Zeig mir mal mein Bike, der hat über 1.000 Euro gekostet. Ich habe gesagt, er soll es machen. Habibi, danke, dass du in mir stehst. Jetzt komme ich zu dir, warte... Ah, mein Name. Wie sehr hat ihr Brille... Entschuldigung, dass ich ein türkisches Wort genutzt habe. Das ist ein Schimpfwort. Ich nehme es wieder zurück. Und es ist... Ja, 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 es wird geschnitten. Okay, jetzt gehen sie raus, ich muss weiter trainieren. Eine Frage noch zu ihrer Brille. Herr Ciar! Oh, sorry, ich war gerade richtig. Okay, sagen Sie. Hm, wie ich sehe, haben Sie ein kleines Extra an Ihrer Brille. Ja, ja, das ist normal bei mir. Das Schutz. Schutz, mein Schutz. Die anderen Fragen sind unten, aber ich trage es oben. Aber es könnte jetzt rausgehen. Ich brauche... Ich muss mich jetzt konzentrieren. In zwei Wochen habe ich wieder meine Revanche gegen Klitschko. Sie kann, die Brille kann auch nicht mehr. Also abhauen. Ciao. Ja, ciao. Ciao. Ciao, raus mit dir.